Das ist Midas, die Katze, die vierohrige Katze. Das erst wenige Monate alte Tier lebt bei einer Familie in der türkischen Hauptstadt Ankara. Durch eine genetische Mutation hat sie gleich zwei Paar Ohren und einen schiefen Kiefer. Dennoch oder gerade deshalb ist Midas ein Social Media Star mit mehr als 70.000 Followern. Es war klar, dass wir nie eine Katze kaufen würden, aber von der Straße retten schon. Ich hoffe, dass Midas Popularität dazu beitragen kann, dass mehr Katzen aus Tierheimen adoptiert werden und nicht anderswo gekauft, so die Katzenmama. Das zusätzliche Paar Ohren ist mit den Hörkanälen verbunden und so voll funktionstüchtig. Laut Tierarzt hat die Mutation keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit der Katze oder auf die Fähigkeit zu hören. Benannt wurde die Social Media Katze mit den vier Ohren nach einem König von Phrygien, der der Sage nach Eselsohren verpasst bekam. BETTO BIN BIP BIP Untertitelung des ZDF, 2020